Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt so 45 Minuten auf und dann gucken wir, wohin uns der Podcast trägt. Ja, ich habe früher auch einen Podcast gemacht. Da haben wir auch immer so 45 Minuten angepeilt. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Du hast auch einen Podcast gemacht? Ja, ich habe auch einen Podcast gemacht. Mehrere tatsächlich. Warum hast du aufgehört? Verrat uns dein Geheimnis. Weil ich mit YouTube angefangen habe. Das hat ihn reich gemacht. Siehst du, Ben? Wir machen hier was falsch. Er hatte mal einen Podcast, aber da ist er schon längst drüber gewachsen. Und wir dümpeln hier seit fünfeinhalb Jahren rum mit dem Mixcast. Den Podcast gibt es sogar noch. Aber ich bin nicht mehr dabei, weil ich die Zeit nicht mehr hatte tatsächlich. Ach so, okay, alles klar. Ja, gut. Ja, diese Sache mit der Zeit, ich glaube, auf die werden wir heute noch häufiger zurückkommen. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast. Ganz offiziell über die Zukunft der Computer, VR, AR, früher mal KI. Mit einem Gast haben wir jetzt heute auch wieder die Möglichkeit, hin und wieder mal den einen oder anderen KI-Schlenker zu machen. Patrick begrüßt uns nämlich heute in der Runde. Hallo Christian, hallo Ben. Danke für die Einladung. Wie wir eigentlich wissen, bist du ja kein Unbekannter. Also wir machen es einfach total die faule Nummer. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Geh mal Kaffee trinken. Ja, mein Name ist Patrick und ich betreibe den deutschen VR-YouTube-Channel, die Zockstube VR, wo es allgemein um Virtual Reality geht. Aber ich lege eigentlich schon ziemlich klaren Fokus auf MetaQuest-Headsets. Ich versuche mal immer so einen Blick nach links und nach rechts zu werfen. Beispielsweise Pico, PSVR, weil viele Leute natürlich auch fragen, wie ist das denn im Vergleich? Und um diesen Vergleich zu ziehen, schaue ich mir gerne auch mal andere Headsets an. Aber der Fokus liegt bei MetaQuest. Sowohl Gameplays, jetzt gerade bei der Quest 3, natürlich vielen Leuten zeigen, wie gehen die. Es gibt viele Neueinsteiger, da muss man nochmal zeigen, wie geht das denn alles? Was kann man damit alles machen? Warum sollte man von der Quest 2 upgraden? Gameplays, Tutorials, ja, News. Das ist ja interessant, ey. Also ich meine, klar, es ist eine Zeitfrage mit Sicherheit. Aber ist das schon so, also hören wir da schon raus, der Markt ist eigentlich so groß, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, welche Headsets man nimmt. Man muss sich also für einen Hersteller mit einem YouTube-Channel entscheiden. Nee, ich glaube, das muss man nicht. Es gibt ja auch viele gute deutsche YouTuber, die so alles abdecken. Aber bei mir ist es definitiv eine Zeitproblematik. Und ich beschäftige mich lieber ausführlich mit einem Thema, als mit jedem nur so halb. Und ihr habt das gerade schon kurz angesprochen, so richtig reich wir mit YouTube nicht. Das heißt, man hat noch einen Job und muss dann irgendein YouTube daneben geregelt kriegen. Das ist ja doof, ey. You don't say. Oh, doch, ey. Das ist auch so ein Typ, der nebenbei arbeitet. Das ist ja krass, ey. Ja, das ist voll langweilig, ne? Echt, Mann. Und nee, ich hätte einfach nicht mehr Zeit. Und bei mir ist es dann so, ich mache es wirklich dann in dem einen Themenbereich lieber gründlich, anstatt, dass ich alles anreiße und dann das Gefühl habe, ich komme nicht mehr hinterher. So bei Meta kann ich dann tatsächlich sagen, ich kriege auch kurzfristig mal eben ein Video zu irgendeinem Thema raus. Aber wenn ich mir die ganzen anderen Schauplätze angucke, da kommst du doch gar nicht mehr hinterher. Ich wüsste gar nicht, wie ich den Überblick behalten soll bei allen Themen. Das machen wir ja auch nicht mehr, ne? Also wir reden ja auch nur noch über Quest. Wir sind ja Quest-Fan. Ja, genau, genau. Ben, Ben, die Aufnahme läuft schon. Zwischendurch ranten wir halt mal ein bisschen über HTC oder Pico oder so, wie das halt so ist, aber eigentlich, also klar, Quest, also von daher. Nein, aber das ist Fistbump, ja. Aber es ist tatsächlich ein geteiltes Problem. Ich meine, wir bei Mixed haben natürlich im journalistischen Bereich die Aufgabe, ein breites Spektrum abzudecken. Aber es ist wirklich krass, wie oft man wahrgenommen wird als Fanboy, also etwas, dass ja jemand, der ganz offiziell einen Channel für ein Gerät oder für eine Geräteklasse betreibt, natürlich auch mit Sicherheit hin und wieder passiert. Und trotzdem muss man immer den Leuten klar machen, ey, nur weil jetzt gerade ein Ding gerade irgendwie top of the notch ist oder in deinem Fall, du dich dafür entscheidest, aus zeitlichen Gründen deinen YouTube-Channel in die Richtung auszurichten, heißt das ja nicht, dass wir Scheuklappen aufhaben. Ja, es ist schwierig. Ja, das ist ja ganz generell so ein bisschen das Problem, also sowohl im Journalismus als auch in der Content Creation. Du machst natürlich immer auch das, was gerade aktuell ist, immer natürlich auch viel darum, was wirklich gut ist. Und dann hast du automatisch immer ein gewisses Übergewicht. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, also wenn jetzt zum Beispiel gerade was Neues von HTC rauskommt, dann haben wir eine Woche lang viele HTC News oder von Pico oder ähnliche Sachen. Oder ein Spiel, das halt aber eben nur für die PSVR 2 rausgekommen ist. Dann hast du plötzlich ohne Ende PSVR 2 drin, ne? Und dann, klar, in der Rezeption, gerade bei denen, die etwas lautstärker sind in den Kommentaren und den üblichen Verdächtigen, ist dann sehr gerne immer dann so eine gewisse tendenziöse Kommentarspalte zu sehen. Also, das muss ich noch auskommentieren, Ben, weil du hast da was Gutes getriggert. Da hast du dich, Patrick, ja eigentlich gut entschieden, weil mit Sony wäre die Luft ja schnell raus gewesen irgendwie auch. Das ist verbar. Hat sich so entwickelt. Tatsächlich habe ich mir auch die PSVR 2 geholt und habe die auch getestet, eben um die Abgrenzung hinzubekommen. Und weil man ja schon zu dem Zeitpunkt eigentlich wusste, so gerüchteweise, dass dieses Jahr irgendwas Questmäßiges noch kommen würde. Aber ja, irgendwo, ich finde es total schade, weil dieses Headset eine Aufmerksamkeit durch die PS5 oder durch Sony allgemein bekommen kann, wie selten jemand. Ich meine, Meta und Meta Quest kennen inzwischen in Deutschland sogar einige, aber Sony und Playstation kennt jeder. Das heißt, durch dieses Headset, da war einfach eine riesige Chance, die bei manchen Spielen auch genutzt wird, aber auch häufig einfach liegen gelassen wird. Leider. Schöner Satz. Meta kennen viele, Sony kennen am Ende aber eigentlich alle. Ich glaube, das ist eine Verkorkste, aber eine von mir versuchte Überleitung mal den Bogen zu bekommen, auch so ein bisschen zum Anfang dieses Casts. Also du stehst, du sitzt jetzt nicht stellvertretend hier für die gesamte VR-Community, das wäre wahrscheinlich unfair, wie du schon sagtest, allen anderen Content-Creatoren gegenüber. Wir wissen ja, dass gerade der deutsche Markt da, glaube ich, auch eine eingeschworene und auch eine sehr familiäre Gruppe ist aus vielen, vielen, vielen Menschen, mit denen wir mit Sicherheit im heutigen Cast auch noch hin und wieder mal referenziert drauf werden. Aber schon so ein bisschen die Frage deiner Anfänger. Ja, du hast gesagt, du hast nebenbei einen Tagesjob, leider, also ich sage mal Tagesjob, weil medialerweise lässt er sich ja tagsüber durchführen und ab Nachmittag bist du dann anderer Leidenschaft. Ich bin Batman. Was ist denn so deine Herkunft? Ich meine, was hat dich in VR getrieben? Das ist ja immer so die coolste Geschichte eigentlich. War es das Ducttape-Headset, das du auf irgendeiner Messe aufhattest oder welche Umstände haben dich in diese Branche gebracht? Ja, also es war tatsächlich über den Podcast bin ich da hingekommen, indem ich nämlich, wir hatten einen, also ich hatte drei Podcasts insgesamt und bei einem hatten wir mal Kragenmikrofone und haben dann Sachen unternommen und haben dann quasi so einen mobilen Podcast gemacht. Und da haben wir uns dann einmal vorgenommen, lass uns doch mal in so eine VR-Arcade gehen. Und das ist noch gar nicht so lange her, also ich bin jetzt kein jahrzehntelanger, jahrzehntelang wird auch schwierig, aber langer VR-Veteran. Das war Anfang 2019. Da habe ich meine erste VR-Erfahrung gehabt mit, das kennt ihr bestimmt, Escape the Lost Pyramid. Yes. Ja. Mit dem Assassin's Creed Teil. Und dann direkt im Multiplayer und da bist, also das ist, also so auch in der Nachbetrachtung, gerade ein Multiplayer-Erlebnis in der Qualität in VR, das ist ein verdammt starker Einstieg gewesen. Und danach kam dann mal ein Freund, auch aus dem Podcast, vorbei und ich habe mir die PSVR 1 angeguckt und dachte mir, warum ist das so unscharf, wenn ich den Kopf bewege und das Headset so ein bisschen verrutscht. Aber war auch noch eine starke Erfahrung. Und dann habe ich mir so gedacht, ach Mensch, du hättest jetzt auch mal Lust, irgendwie mal einen YouTube-Channel über das Thema zu machen. Und dann, ich meine Anfang 2009, da machst du dir im März, April 2019 diese Gedanken und dann als Technikbegeisterter liest du dann so Artikel und dann steht da irgendwas von so einer Meta-Quest 1 oder Oculus-Quest 1. Die dann rauskommt. Und dann dachte ich mir, ja komm, holst du dir einfach das Headset, machst dazu ein, zwei Monate Videos, wie bei deinen bisherigen Versuchen auf YouTube und dann hörst du wieder auf, weil jetzt eh keiner guckt. Okay, okay, okay. Interessante Entwicklung. Jetzt wissen wir ja, dass du dabei geblieben bist. Das ist natürlich interessant. Also, was ist passiert? Du wurdest durch die Community dann doch bestärkt dabei zu bleiben oder das Thema hat dich gepackt? Ursprünglich war mein Gedanke, einen Technik-YouTube-Channel aufzumachen und verschiedene Produkte auszutesten. Und ich bin dann dermaßen in der VR packen geblieben. Ich bin davon bis heute nicht weggekommen und jetzt ist der Karren auch zu tief im Dreck, um noch umzusteigen. Der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Und ja, deswegen bin ich jetzt bei Meta geblieben. Es kam ja auch dann gerade am Anfang viel Spielenachschub, viel zu zeigen. Die Leute wollten wissen, wie das Headset kam. Und es wurde ja immer spannender. Also, Meta ist ja auch so eine Firma. Im Gegensatz zu Apple. Apple verkauft seine neuen Produkte über Hardware-Features, die die über ein ganzes Jahr zurückgehalten haben. Und die ganzen Features dann in das neue Gerät einpacken. Meta verkauft die Geräte im Prinzip auf dem Stand der Software des alten Gerätes. Und entwickelt dann immer weiter, immer weiter. Die Headset werden mit jedem Update im Prinzip besser. Und so kam ja auch die Quest 1. Beispielsweise komplett ohne Link-Support raus. Und dann kam nachher bei diesem kleinen Standalone-Headset noch der Link-Support, wo alle sich gedacht haben, boah, das kann das Headset auch noch. Und ja, dann habe ich halt gemerkt, wie spannend das ist und wie sich das Thema weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich hatte dann den Spaß. Ich habe gemerkt, dass die Leute dann auch Spaß hatten an dem Thema und gerne Videos dazu sehen wollten. Ja, dann bin ich dabei geblieben. Das ist interessant. Also, ich meine, was du da so beschreibst. Erstmal bist du natürlich zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo es danach dann ja richtig abging. Ja, du hast gerade gesagt, du hattest das erste Oculus, die Oculus auf dem Kopf. Danach war es dann plötzlich eindeutig Facebook. Aus Facebook wurde Meta. Also, alleine aus den Gesichtspunkten hast du natürlich da auch eine heftige Reise mitgenommen. Auf der Quest 1 folgte die 2, auf der 2 die Pro. Und auf der Pro sind wir jetzt nach nur x Jahren. Also, ich meine, aus deiner Sicht in den letzten vier Jahren irgendwie eine Menge Hardware-Iterationen durchgemacht. Aber würdest du sagen, dass dieses Interesse, was du ja auch gespürt hast an diesem Headset und sowohl bei dir als auch bei deiner Community, die dir zuschaut, dass das einfach auch noch mit so ein Grund ist, weil halt eben jede kleine Nuance irgendwie einen teilweise immer noch zum Staunen bringt. Also, anders als bei Smartphones sind halt VR-Headsets bei weitem noch nicht ausentwickelt. Da ist noch viel Musik drin. Wie spiegelt sich das in deiner täglichen Arbeit wieder? Also, ich muss sagen, dass jetzt gerade zum, ich sag mal, zum späteren Produktzyklus der Quest 2 so ein bisschen, ja, also der Sommer, der war schon sehr lang, muss ich sagen. Was jetzt auch Content-Creation anging und was soll man denn überhaupt noch für Videos machen? Dann kamen jetzt auch nicht mehr so die Kracherspiele. Ich meine, wir haben viele Kracherspiele auf der Quest. Da muss ich immer sagen, wenn Leute sagen, wir haben keine Spiele, das ist Quatsch. Aber das, was so laufend rauskommt, wenn du die Alten schon gespielt hast, war im Sommer echt wenig. Dann hat ja die Quest 2 da noch den Hardware-Schub bekommen durch das Update 56 oder was es war. Das war dann nochmal was, was die Leute interessiert hat. Aber ansonsten hat man halt gemerkt, dadurch, seit dem Moment, seit es konkreter geworden ist, mit der Quest 3 war bei der Quest 2 halt irgendwo voll die Luft raus. Und da war das Interesse deutlich geringer. Deswegen hat sich der Sommer so ein bisschen gezogen wie ein Kaugummi. Aber was ich jetzt sagen kann ist, ich weiß nicht, ich war halt ja auch bei der Presse-Demo in London. Ich weiß, Christian, du warst in San Francisco sogar, ne? Genau, ich war auf der Connect und Ben war in London, ja. Ja, waren wir wahrscheinlich an einem unterschiedlichen Tag, wahrscheinlich einen Tag hintereinander oder so. Wahrscheinlich irgendwie so. Einmal gab es Influencer, YouTuber und so weiter und so fort. Und dann am anderen Tag waren es die Journalisten. Das war eine abgefahrene Location, oder? Ja, die war irgendwie cool, aber am interessantesten fand ich diesen unfassbaren Aufwand an Security-Leuten, die dort rumstanden und die jedes Mal ein Böse angeguckt haben, wenn man das Stockwerk wechseln wollte. Ja, richtig. Mit den dicken Metalltoren, wo du durch musstest in diesen Innenhof, dann haben die die Metalltore zugemacht. Dann war Security da und in dem Raum musstest du noch klingeln und da mussten die wie im Knast aufmachen. Dann ging das Licht auf grün und dann kam erst jemand rein. Ja, die hatten Angst, dass ihr eine Woche vorher die Headsets klaut. Ja, richtig. Ich verstehe auch nicht, warum man, da waren so viele da. Warum haben die nicht einfach gesagt, pack dir einen in den Rucksack und gut, gut ist, hätten sie sich die Versandkosten sparen müssen. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, ne? Ne, aber da habe ich ja dann, um auf deine Frage zurückzukommen, das erste Mal die Quest 3 getestet. Und das war so ein, seit langem mal wieder so ein richtiger Wow-Moment. Ich habe mir das Ding einfach aufgezogen, ich stand einfach in der Home-Umgebung und habe die Auflösung gesehen. Ich habe gesehen, da ist noch Kantenflimmern, aber ich habe einfach dieses scharfe, auch in der Entfernung, direkt wahrgenommen. Und ich stand nur in dieser doofen Home-Umgebung und hat in dem Moment schon, so die Mixed Reality vor Ort hat mich so gar nicht aus den Socken gehauen, weil die Lichtsituation da echt doof war. Das heißt, es ist sehr verrauscht gewesen. Ich meine, ich will das alles nochmal bei vernünftigen Lichtverhältnissen testen, aber so, als ich da Red Matter getestet habe, ich stand da die ganze Zeit nur mit einer Taschenlampe und einem Gegenstand in der Hand und habe den aus unterschiedlichen Winkeln angeleuchtet und geguckt, wie der Schatten weiter wandert. Ich war dermaßen fasziniert, aus dem Fenster zu gucken und was relativ weit hinten ist, auf einmal so scharf zu sehen. Wie gesagt, Kantenflimmern, keine Frage, ist immer noch da. Aber es ist so eine spürbare, schärfere Darstellung, was jetzt natürlich nicht an den Display, ich denke, das liegt in erster Linie an dem Chip, der jetzt da eben die Auflösung auch so liefern kann. Wahrscheinlich wäre die schärfer auch mit den vorigen Displays möglich gewesen. Mit Sicherheit. Aber das ist halt eine Kombination aus den Komponenten, die einfach fetzt, finde ich. Ja, ja, also, aber das, ich meine genau das, was du beschreibst, ja, das ist so, da kommt natürlich auch der Nerd in mir wieder hoch. Ich selber habe mich tatsächlich relativ früh in dieser VR-Bubble, sage ich jetzt mal, in der wir hier alle drei leben. Ich habe mich entschieden, solche Komponenten in der Form nicht mehr so viel Beachtung zu schenken. Mir fallen sie auf, aber in unseren Tests, klar, da schreiben wir die Auflösung, da schreiben wir über den Screendoor-Effekt und vielleicht auch über ein paar andere Kleinigkeiten wie Moree oder sonst sowas. Aber mir ist persönlich recht schnell aufgefallen, also ich glaube, würde man jetzt zehn Jahre, ich bin seit zehn Jahren dabei, würde man seit zehn Jahren zurückspulen, du würdest jedes Mal bei jeder neuen Brille einen Test finden, wo drinsteht, aber jetzt sieht man den Screendoor wirklich nicht mehr. Und zwei Jahre später, aber jetzt sieht man den Screendoor wirklich nicht mehr, ja. Aber ich akzeptiere es, dass es da auf jeden Fall einen Markt für gibt und auch Leute gibt, die dafür, die da Achtung oder Beachtung drauf legen. Und ich bin auch dankbar darum, dass Leute wie du sich mit jedem Headset darum kümmern, den letzten Pixel herauszuzählen. Aber für mich ist es irgendwie so gewesen, dass ich gemerkt habe, diese Dinger sind so krass individuell auf den Köpfen der Menschen, dass ich für mich entschieden habe, ich will kein Teil dieser Pixelzähler sein, weil ich gemerkt habe, ich kann das auch nicht gut. Gut, wie reagierst du da drauf, wenn mit Sicherheit du aus der Community Feedback bekommst, wo dann am Ende doch, ja, das Endergebnis eigentlich nur wäre, okay Mensch, du hast halt andere Augen als ich oder du hast eine andere Stirnform als ich. Wie geht man damit um, jemand wie du, der tatsächlich eine sehr große Reichweite in der Community halt auch hat? Es ist schwierig. Also eigentlich hilft am Anfang immer zu sagen, das ist mein individueller Eindruck und schreibt mir doch eure Meinung, die ihr habt und eure Auffassung in die Kommentare, weil dadurch ja so ein Video von mir erst vollständig wird. Ich kann ja nur meinen subjektiven Eindruck schildern. Und nein, du hast völlig recht, ich bin jetzt auch kein Pixelzähler, aber das ist halt das, was mir als erstes ins Auge gesprungen ist. Weißt du, so wollte ich das sagen. Ich meinte das auch nicht abwerten. Nee, 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 klar. Nee, aber was mir am wichtigsten war an dem Headset, ist halt so, ich setze mir das auf und das Gefühl so beim Tragen und bei der Bedienung, dass alles prompt funktioniert und das Bild insgesamt. Und was jetzt die Community angeht, ich kann immer nur sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe nichts im technischen Bereich studiert. Ich bin kein Technikfachmann. Das, was man sich dann so beigebracht hat, hat man sich irgendwann selbst an Land gezogen. Das ist ja sicherlich nochmal anders zu beurteilen, wenn du hier ein 4K-Display auf deinem Schreibtisch hast, als bei einem VR-Headset. Das heißt, das Wissen musst du dir dann auch erstmal mit deinem Hobby aneignen. Und 2019 bin ich als kompletter Neuling angefangen und hatte noch gar keine Ahnung davon. Das heißt, es kommt irgendwann rein, man beurteilt das nach seinen Maßstäben. Aber so wie du sagst, es ist immer sehr, sehr individuell und wo du wahrscheinlich noch einen relativ hohen Standardisierungsgrad der Meinung hast, ist bei einem Bildschirm auf dem Schreibtisch, aber bei einem VR-Headset ist das überall. Frag doch mal die Leute, ob die Pico 4 in der Standardausstattung gemütlich ist. Da sagen dir 50 Prozent, das ist das gemütlichste Headset, was ich kenne. Und andere sagen, das fühlt sich an wie eine Schraubzwinge und drückt doof. Exakt, das ist eine Sache, die habe ich auch gelernt. Ich mache die meisten Hardware-Tests bei Mixed und über die Zeit habe ich deutlich festgestellt, wie extrem unterschiedlich das ist. Das fängt an bei dieser Mura-Geschichte für die PlayStation VR 2, wo ich wirklich, also ich muss mich in ganz bestimmten Situationen irgendwie versuchen, voll darauf zu konzentrieren, um das zu sehen, während andere sagen, mein Gott, das ist so hart. Ich habe das, genau, ja, ich habe es verkauft deswegen, weil ich es so schlimm fand. Ja, sehe ich überhaupt nicht, also ist absolut nicht bei mir der Fall. Und da leiden, Entschuldigung bitte, Ben, sorry. Dann hast du die, du hast gerade die Pico angesprochen, Pico 4, und das ist auch so ein Test gewesen, da habe ich echt angefangen an mir zu zweifeln, weil ich habe reingeschrieben, dass das ein mega verschmiertes Bildeindruck hat, dass dort wie so ein Schleier drüber liegt, das Ghosting etc. Das führt alles dazu, dass es irgendwie ein matschiges Ding ist und am Ende habe ich gesagt, naja, das ist ganz nett, schöner Formfaktor und so weiter und so fort. Unbequem fand ich es auch übrigens, aber insgesamt nur ein durchschnittliches Headset. Und in den Kommentaren bin ich dafür zerrissen worden, bis ich dann später auf andere, also dann bin ich davon ausgegangen, gegebenenfalls ist es ein Herstellungsfehler oder so. Es gibt ja auch da immer so eine gewisse Varianz bei den Sachen, dann hast du manchmal, hast du Displays mit toten Pixeln und so weiter und so fort. Das ist alles klar, kann ja sein, dass es kaputt ist. Ich habe jetzt gerade bei meiner Japanreise vor kurzem wieder ein paar Mal die Pico 4 aufgehabt und das ist überall so. Muss mir keiner mehr erzählen, dass das nicht so wäre. Aber, und das ist glaube ich das ganz Wichtige, man nimmt das ganz unterschiedlich wahr. Das ist etwas, was man wirklich wissen muss. Auch der Bildeindruck und so weiter. Ich kann, deswegen bin ich auch bei dem Quest 3 Test doch deutlich subjektiver rangegangen, also auch in der Schreibweise. Und habe mir gesagt, das passt für mich so und so. Das ist mein Eindruck. Um nochmal ganz klarzustellen, auch gerade so diesen ganzen Forenkämpferinnen und Kämpfern für eine einzelne Sache. Das ist mein Eindruck. Kann sich bei dir absolut unterscheiden. Sie alleine kommen vor, mir braucht keiner was erzählen vom Quest 3 Stoffstrap, der standardmäßig mitgeliefert wird. Das ist für mich Folter. Voll geil. Und da gibt es aber andere, genau. Und andere gibt es aber, die sagen, mein Gott, komme ich super mit klar. Und das ist auch ganz fantastisch. Aber es hat die ganze Ergonomie, die Kopfform hat damit ganz viel zu tun. Bei der PSVR 2 bis heute vollkommen unbequem nach einer Stunde für mich an den Ecken. Einfach, weil ich offensichtlich hier irgendwie so eine Hornkonstruktion am Kopf habe, die dafür sorgt, dass das Ding nicht so geil funktioniert. Aber da hast du vollkommen recht. Sehr, sehr individuell. Das muss rausgestellt werden. Und jeder muss es, und da sind wir dann auch wieder bei dem, was wir auch immer wieder sagen, Christian, wenn wir hier über sprechen, VR, VR-Brillen müssen ausprobiert werden. Und dann kann man feststellen, ist das vor allem gut. Ich kann immer nur als Tester oder du als jemand, der das ausprobiert, Patrick, auf YouTube, kann immer nur sagen, so, das ist mein Eindruck. So funktioniert es. Ich kann so eine Richtung hingeben und grundsätzlich sagen, okay, ist ein gutes Gerät. Aber du musst natürlich noch gucken, ob das auf deinen Schädel passt. Aber gerade dafür ist es doch schön, dass es so viele Mods und gerade bei der Quest hast du ja so viel Dritthersteller-Zubehör. Ich warte jetzt auch auf die ersten Dritthersteller-Headstraps. Ich glaube, ich wechsle das erste Mal vom Original-Zubehör zu einem Dritthersteller. Wollte ich jetzt mal testen. Da gibt es auch gute Alternativen, die ich zumindest diesmal ausprobieren möchte. Und dafür ist es doch aber nicht nur gut, dass es Dritthersteller-Zubehör, sondern dass es jetzt auch mehrere Headset-Anbieter gibt, dass wir da keinen monopolistischen auch Standalone-Markt oder Konsumentenmarkt haben, wo sich einfach jeder raussuchen kann, was er möchte. Was ich dann halt nicht so toll finde, und das hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man versucht, andere zu bekehren. Ja, das ist so eine Tendenz, dass man seinen Favorit dann verteidigen möchte. Weil genauso wie man sagt, okay, das ist dein Favorit, das ist ja okay so, hat man halt seine persönlichen Präferenzen. Und das ist sehr, sehr individuell. Und da kann man einfach auch nicht in die Haut des anderen schlüpfen und für den die Entscheidung treffen. Das geht nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste gerade so schmunzeln, als wir diese Diskussion angefangen haben. Ich habe so überlegt, eigentlich müsste man, also wenn du mal deine Käppi abziehst, wir sind ja auch ein Videoformat, wir haben ja fast alle den gleichen selben Kopfvorbau. Fast schon Glatze irgendwie. Und man müsste sich den YouTube-Channel, wenn man dann solche Headset-Reviews aufbaut, eigentlich demnächst mit so einem Profilbild seines Gesichts starten, damit die Leute direkt wissen, ah, ist das die gleiche Kopfvorbau oder muss ich dann doch zu einem der anderen Content-Creator wechseln, wenn ich auf das Review-Wert lege. Aber hey, am Ende ist das natürlich das, was auch in den Jahrzehnten davor bei uns allen vielleicht im Spielebereich passiert ist. Man hat irgendwann festgestellt, Reviews von dieser Redaktion oder sogar von diesem speziellen Redakteur, die entsprechen meinem Geschmack. Also schenke ich dieser Wertung jetzt halt besonders viel Aufmerksamkeit. Und das ist, am Ende muss man sagen, auch wenn ihr eine große Community seid, trotzdem krass, dass das nach wie vor so ein kleiner Kern ist. Also verglichen mit Smartphone-Reviews, die es natürlich en masse gibt. Und deswegen absolut wichtig natürlich trotzdem mit der Aufgabe, die ihr habt, da mit einer gewissen Diversität schon fast ranzugehen und zu versuchen, okay, hey, ich kann nur meine persönliche Meinung da reinbringen. Und für mich ist es gerade das geilste Headset der Welt. Es kann aber sein, dass es für dich eine Vollkatastrophe ist. Ja, also ich kenne immer noch Leute, ich kenne immer noch Leute, die auch mit der Quest 3 irgendwie immer noch ein unscharfes VR-Bild haben. Wo ich mittlerweile denke, ich gehe doch mal zum Optik. Ich habe auch was von einem völlig verpixelten Bild gehört. Und dass die Quest 3 wieder zurückgeschickt wird und weiter dann lieber die Quest 1 mit denen genutzt wird, weil die ein besseres Display hat. Ja gut, das sind die Menschen, die vielleicht SNES-Spiele nach wie vor auf dem Röhren-TV spielen, weil sie sagen, der Röhren-TV hat immer noch das geilste Bild. Das ist legitim am Ende. Aber da siehst du, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, dass manche sogar sagen, die Quest 1 hat ein besseres Bild, weil die können ja offensichtlich nur auf die Schwarzwerte abstellen und auf den Kontrast des Bildes. Naja, also wir haben einen schönen Kommentar bei uns unter meinem Quest 3-Test. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, die Quest 3 mit der HTC Vive, der ursprünglichen, zu vergleichen, um festzustellen, dass die doch insgesamt besser ist. Und klar, die Quest 3 hätte ein bisschen besseres Pass-Through, aber muss man halt auch akzeptieren. Nein, was ich, also Sarkasmus beiseite. Natürlich gibt es objektive Faktoren. Ja, ganz klar. Also man merkt, ob das Tracking gut ist oder nicht. Man merkt, ob der Sweet Spot, also beziehungsweise ob die Bildschärfe nach außen größer, also besser oder schlechter wird. Das ist etwas, das kann man definitiv nachweisen. Man kann theoretisch, und es gibt ja genug da draußen, die das machen, kannst du das Sichtfeld ausmessen aus verschiedensten Geschichten, kannst du dir das Teil komplett auseinandernehmen, um es dir vor die Augen zu pressen, um zu sagen, okay, Sichtfeld ist größer geworden oder kleiner geworden. Oder wie Christian schon sagte, Pixelschubsen, wir zählen jetzt einmal horizontal alles durch und danach vertikal. Und dann sagen wir, nein, da sind aber sieben Pixel weniger, als Jan gegeben hat. Oder, genau, richtig, genau. Es sind nur 19,5 Grad, Field of the Road statt, 20 oder sowas. Alles schon erlebt. Das ist, glaube ich, das Wichtige und ich glaube, das machst du ja auch mit deinem Channel sehr gut, weil ich mag sowas und ich versuche das immer bei meinen Reviews auch immer zu machen. Ich mache es aus der Anwender- und Anwenderinnensicht. Das heißt, was erwarte ich, wenn ich es hier zu Hause bei mir nutzen will, wenn ich zocken will, wenn ich eine App nutzen will, dann achte ich nicht darauf, ob da zwei oder fünf Grad mehr Sichtfeld sind. Das interessiert mich nach zwei Minuten nicht mehr. Vielleicht am Anfang stelle ich noch fest, okay, das ist ein bisschen beengt, aber dann geht es ja darum, was erlebe ich denn da drin? Was kann ich denn da drin überhaupt machen? Und ist das cool? Ist das nützlich für mich? Macht das, bringt es mir Spaß? Und darauf kommt es am Ende an. Und dann ist es so ein bisschen, und das versuche ich immer zu machen, so eine gesamt, so eine holistische Betrachtung, wo man dann sagt, okay, ist insgesamt sehr cool, hat vielleicht seine Nachteile auch so, aber vielleicht wiegen die das Ganze auch auf. Wie beispielsweise bei der PSVR 2, ja, kommt vor, okay, klar, nach einer Zeit ist es doof, aber in der Stunde ist es super geil. Ja. Beispielsweise, ne? Ja. Ich, also bevor wir, wir wollen dich auf jeden Fall gleich noch rund um diese Entstehung dieser Community, du hast ja glaube ich auch ein Community-Treffen veranstaltet, ich weiß nicht, ob alleine oder auch in Kooperation mit vielen Leuten. In Kooperation, ja. Bevor wir dich da jetzt aber fragen, weil, also, weil Ben und ich, wir sind halt so, wir sind nicht Community-Driven, das ist so, wir sind eklig, wir hassen Menschen eigentlich, wir sind VR-Zocker, genau, deswegen müssen wir da auf jeden Fall dich ausquetschen, aber ich würde gerne noch mal zu einem kleinen Thema zurück, wo ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was von dir lernen oder meine Sicht erweitern. Du hast gerade gesagt, dass du, als wir über diesen Komfort gesprochen haben, ist eine große Diskussion, ja, du bist Influencer, dieser Name hat ja, der kommt ja nicht von irgendwo her, sondern du, du kannst Kaufentscheidungen herbeiführen, du kannst Kaufberatungen liefern, du kannst in den Leuten was verändern und kriegst natürlich dafür auch sehr viel mit, was am Markt, sowohl am wirtschaftlichen als auch am generellen Community-Markt, was da passiert. Und du hattest gerade so diese Diskussion, die aufgekommen ist, über diesen Bequemlichkeitsfaktor hin zu Dritthersteller-Hardware, um sich solche Headsets bequemer zu machen. Und da habe ich, glaube ich, mit mir selber ein Problem, weil ich immer so ein kleines, so ein kleiner, ich bin immer so ein kleiner, so wie so ein Zecker in unserer Community oder auch in diesem gesamten Markt, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die wirklich sehr VR, ich sage mal, also fast schon, also boah, die atmen das, viel mehr als ich stelle ich dann auch fest und die sagen sofort, ja, ist ja kein Problem, da druckst du dir was auf einen 3D-Drucker und dann machst du dir das und dann machst du dir hinten noch mit Magnet das dran und zack, zack, zack und dann hast du da so einen kompletten Transformer auf dem Kopf, ja, wie viele Leute jetzt halt angefangen haben, sich direkt irgendwie den Vive Elite Audio Strap, also diesen Franken-Quest, ist das immer noch, ist das noch ein Ding, ne, für ihre Quest 3 zu produzieren und so und sich dadurch halt den maximalen Komfortfock da rausziehen und da sage ich irgendwie innerlich, okay, könnt ihr machen, aber ihr könnt das nicht als Problemlöser für den Markt darstellen, weil das, also ich erwarte halt, dass ein Headset per se möglichst geil ist, aus der Packung heraus, ja, ihr könnt, also das ist irgendwie, als wenn man sagt, das Auto ist scheiße, aber egal, ich kann mir dann mit 50.000 weiteren Euros das Ding bequem bauen, ne, das, wie ist denn da so, wie ist denn da so dein Eindruck, weil ich glaube, da bist du noch mal näher dran als wir, wenn es eben darum geht, sich solche Sachen über die absurdesten, ich sage, auch wieder nicht negativ gemeint, Wege anzupassen. Also erst mal, der Komfort aus der Packung heraus wird in der Community als sehr, sehr schlecht wahrgenommen. Ich muss sagen, also zumindest das, was ich in den Kommentaren liese, die Leute, die still bleiben, kann ich nicht beurteilen. Das ist klar, ja, ist klar. Also da hat jetzt keiner, aber ausdrücklich geschrieben, der Komfort ist exzellent mit dem Headset, sondern die meisten haben sich beschwert über das mitgelieferte Standardstrap. Ich muss sagen, ich finde, ich fand es bei der Quest 2 okay mit dem Standardstrap, ich finde es jetzt bei der Quest 3 okayer, weil die Frontlast geringer ist. Aber es ist nicht optimal. Also ich würde sagen, wenn man es wirklich dauerhaft nutzen möchte, dann muss man irgendwas machen. so ist, so, dann habe ich das Originalzubehör getestet, bin zufrieden mit dem Elite Battery Strap. Ich habe auch diese ganzen Versuche mit 3D Druckerzeugnissen gesehen, dass man dann das Original Battery Strap von der Quest 2 noch weiter verwenden kann. und ich denke mir dann immer, also das kann ich ja also das kann ich ja nicht Leuten zeigen. Versteht ihr mich? Was soll ich, wer hat denn einen 3D Drucker? Wer kann das denn so? Und dann, ein Kollege von mir macht das, macht das gerade und der sagt dann, ja, da muss man da noch feilen und dann kriege ich das und ich hin, da bastle ich dran. Ich denke mir dann, dann bastle ich an so einem kleinen Stück Plastik drei Tage und dann passt es und am Ende ist es so eine doofe Lösung, die nur irgendwie ein bisschen funktioniert und wenn ich mir dann vorstelle, es gibt dann vielleicht schon Dritthersteller Zubehör für 30 Euro vielleicht oder 40 Euro, was jetzt natürlich auch nicht der heilige Gral ist, aber die, die den Komfort deutlich erhöht, dann ist das für mich die bessere Lösung, die würde ich jetzt vielleicht auf dem Channel auch eher vorstellen als eine Bastellösung, weil die sowieso nur vielleicht ein Prozent der Leute, die das guckt, nachbauen kann. Aber es ist halt schon so, dass genau diese ein Prozent, die sich diese Mühe mal machen, recht laut sind. Ja, und das ist auch, ich will das auch gar nicht böse meinen, weil klar, wenn du drei Tage in deinem Keller rumgesessen hast und hast da was rumgefeilt, dann bist du darauf stolz, aber prinzipiell, also das Interessante an dieser ganzen Situation ist, was du gerade beschrieben hast, das erlebt man ja in vergleichbaren Märkten nicht. Also bei einem Smartphone ist es eben nicht so, dass man sagt, ja, dann legst du da oben ein Stück Taschentuch rein, dann kannst du auch deine Hülle vom iPhone 13 auch mit deinem 14er verwenden. Jetzt stell dich doch nicht so an oder du machst hier oben, schneidest dir die Ecke auf, dann hast du ein bisschen mehr Platz und druckst dir da oben noch eine neue Ecke 3D dran oder sowas. Und das ist auch gerechtfertigt. Warum? Weil es einfach geradezu gar nicht zu vergleichen ist, dieser Zubehörmarkt im VR-Bereich, sondern er hat eine viel höhere Bedeutung, weil er viel mehr Impact hat am Ende auf meinen Nutzungskomfort und deswegen entwickelt sich da gerade, glaube ich, eben diese Sub-Community aus Leuten, die sich auf den letzten Drücker hin versuchen, diese Sachen zurechtzufrickeln. Und ich finde es gut, dass du es nicht adressierst. Das wollte ich noch als Abschluss sagen, dass du das kennst und dass du das weißt und dass du jetzt sagst, okay, Dritthersteller-Headsets, die man auch bei Amazon bestellen kann oder bei einem Online-Händler ihrer Wahl. muss ich wegpiepen, Ben? Nee, lass ich drin. Quatsch. Und das finde ich gut, dass du diesen 3D-Druck-Bereich in der Masse quasi nicht als lösungsorientierten Ansatz betrachtest. Liegt auch vielleicht daran, dass ich handwerklich überhaupt nicht begabt bin und das niemals selbst hinkriegen würde. Das ist vielleicht auch ein Grund, den ich nicht unter den Tisch kehren sollte. Was ich schon mal gemacht habe, ist, da hat jemand selbst was über, also so entworfen und dann im 3D-Drucker ausgedruckt und dann auch verkauft als Zubehör. Das heißt, da konnten dann wieder die Leute drauf zugreifen. Das war was, was die Leute nicht selbst basteln mussten, sondern wirklich gutes Zubehör. Und da kann ich mir dann vorstellen, ein Video drüber zu machen. Aber ich, also ich sag mal, ich wollte jetzt einen VR-Channel aufmachen. Er wird weich, Ben. Siehst du? Nein, ich wollte jetzt einen YouTube-Channel über Zubehör und die Quest 3 machen und keinen Bastel-Channel. Ja, genau. Also mal ganz davon ab, also vielleicht würde ich es auch handwerklich hinbekommen, ich habe aber keine Lust. Das ist das eine. Und das zweite, noch viel schlimmer, keine Zeit. Und das ist dann, dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe und den, glaube ich, auch sehr, sehr viele unserer Leserinnen und Leser einfach nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und da geht es wieder um diese individuelle Wahrnehmung. Nur, wenn ich eine individuelle Wahrnehmung habe und die sticht natürlich auch in den Tests etc. durch, dann ist das schön. Aber was ich immer tun muss, ist immer fragen, wie ist das für alle anderen, die A, sich mit VR vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben, B, auf keinen Fall in irgendeiner Nische wie PC4R rumhängen, C, auf gar keinen Fall in irgendeiner Bastel-Ecke mit 3D-Drucker und eigener Werkstatt sitzen. Ja, und wenn du die alle rausnimmst, dann versuchst du halt so einen universellen Ansatz zu finden und zu gucken, wie ist das für verschiedene Menschen, für Leute, die noch nichts damit zu tun hatten, die das einfach mal so nutzen wollen und dann aus der Richtung zu schreiben. Und dass das dann natürlich bei Leuten, die eben in der Werkstatt sitzen, basteln und PC4R, totale Hardcore-Nerds sind, anders ankommt, beziehungsweise das nicht ganz deren Realität widerspriegelt, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie gerade mit VR umgehen oder wie sie glauben, dass VR am besten ist, das ist vollkommen natürlich an der Stelle. Aber das ist eben halt auch unsere Aufgabe, jetzt bei Mixt eben zu gucken, dass man möglichst ein gesamtes Bild liefert, das als Orientierung dient. Das ist das, was wir machen. Journalistisch Orientierung bieten, nicht zu sagen, okay, das ist jetzt absolut der heilige Gral oder das ist, weil wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder warum auch immer. Wobei das ja manchmal, muss ich noch hinzufügen, so weit reicht, dass wir uns unbeliebt machen, Ben, wenn wir sagen, ja, super, fünf Millionen verkaufte Headset, das ist nett, aber da muss noch was gehen und drumherum uns, was, seid ihr bescheuert, das ist der Durchbruch, das ist total geil, VR ist im Massenmarkt angekommen und dann denke ich mir so, was ist das? Nein, 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 es ist gut, es ist, ihr spuckt auch auf alles, ey, ihr seid doch überhaupt nicht zufrieden, zu stellen, verlaupte Scheiße und dann ist man in der Gesicht so, okay, kacke, wir wollen ja, wir wollen ja, dass es irgendwann mal verbreitet ist, aber wir sind jetzt, also ich meine gut, Ben, vielleicht sind wir beide da auch die schlechte Kombination, wir sind jetzt nicht die Menschen, die sagen, die VR-Brille wird das Smartphone ablösen, ja, sondern, doch, das sage ich, also nicht die VR-Brille, aber, sowas in der Richtung wird irgendwann passieren, davon bin ich relativ überzeugt, aber Perspektive, ja, es ist immer die Frage der Perspektive, das typische über den Tellerrand hinausschauen, passiert mir auch ständig, immer mal wieder, auch manchmal in Artikeln oder so, dass ich irgendwo etwas zu eng aus meiner Sicht schreibe oder sehe, naja, das ist ganz, ganz normal und menschlich, ich versuche das zu verhindern, aus deinem Field of View, aus meinem, oh, 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 Horizont zu ändern und zu schauen, wie sehen andere darauf, ganz, ähm, einfaches Beispiel vielleicht, weil ich ja gerade, ich war gerade in Tokio gewesen und habe mich halt viel, ähm, dort auch mit, ähm, Menschen unterhalten, die eben auch in diesem Bereich arbeiten und die sehen etwa diese ganze Metaverse, VR, AR, XR-Thematik ganz anders, als es zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist. Hier in Deutschland haben wir eine hohe, wie soll ich sagen, Technikkritik, äh, häufig da, es ist, man ist sehr defensiv, sehr vorsichtig, ähm, äh, unterstellt gerne Herstellerinnen und Herstellern oder, ähm, ne, die wollen immer nur das Beste, nämlich deine Daten und, äh, in Japan sieht das ganz anders aus, die umarmen neue Technologie, egal wie verrückt sie ist, die finden das cool, die probieren das aus, ähm, auch selbst wenn sie es dann nicht nutzen oder so, aber erst mal, das ist, das ist cool, das bringt das irgendwie weiter, auf irgendeinem Weg, das ist ein ganz andere, eine ganz andere Technologie, Offenheit und ich meine das in, in dem vernünftigen Sinne und nicht in dem politischen Missbrauchten, ähm, sehr, sehr interessant und da, wie gesagt, jedes Mal, also das, deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig mal zu überlegen, okay, wie ist das aus den Augen eines anderen Menschen, wie sehen das Menschen, die eben den ganzen Tag normalerweise sich überhaupt nicht mit VR beschäftigen, äh, und wie könnte dann beispielsweise eine Menüführung auf jemanden wirken, der sich nicht durch die Quest schon tausendmal durchgeklickt hat und dann stellt er plötzlich fest, okay, das, was ich jetzt sage, wo ich jetzt sage, die Quest, das Quest-3-Menü ist großartig, weil ich es kenne und ich damit zurechtkomme, aber wenn da jemand neu reinkommt, der steht wie Ox von Berge und denkt sich, äh, was mache ich denn jetzt hier, ne, und, und diese, dieser Perspektivwechsel, den muss man, glaube ich, immer mal wieder machen und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ben, ich habe die perfekte Überleitung für unser Ausquetschthema. Oh ja. Genau, also dieser Perspektivwechsel, dieses Einnehmen und Aufsaugen anderer Menschen Meinung, so, da sind wir wieder bei dieser Community. Ja, Patrick, du hast ja, du hast ja, ey, Leute, also manchmal bin ich auch von mir selber überrascht, ich weiß, aber du hast ja, ähm, du hast es dir ja da auch zur Aufgabe gemacht als Mensch des öffentlichen Lebens, darf man das schon sagen? Ja, du wirst schon auf der Straße, du wirst schon auf der Straße angesprochen, nach Autogramm gefragt und kriegst beim Bäcker irgendwie 5% Rabatt, oder? Soll ich erzählen, was mir zuletzt passiert ist? Er kommt vier Jahre YouTube. Ich komme aus Oberhausen im Ruhrgebiet und ich bin zum Saturn gefahren, weil ich ein Zubehörvideo gemacht habe. Das ganze Zubehör steht übrigens noch dahinter. Das ist so, das ganze offizielle Zubehör in einem Video und mir haben noch, äh, wir haben noch die Active Straps gefehlt das Elite Strap ohne Akku. Ja. Und dann bin ich da hingegangen zum Verkäufer und wollte halt fragen, ob der vielleicht zufällig noch im Lager eine 512er Quest hat. Dann zeigt er mir seinen Unterarm und sagt, aber vorher krieg ich hier ein Autogramm. So, und dann denkst du dir, oh, du fühlst dich so, also irgendwie geerrt und beschämt. Das passiert aber auch nur in Saturn, oder? Da muss man schon sagen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, so geerrt und beschämt, aber es kommt tatsächlich, ja, also in diesem Jahr häuft es sich deutlich. Vorher war es ein-, zweimal, aber gerade so, also man merkt vielleicht, dass gerade eine neue Begeisterung und eine neue Aufmerksamkeit da ist. VR kommt in der Masse an, haben wir gerade festgestellt. Das ist, stimmt mal, wir liegen total falsch, aber das ist ja, ich finde, das ist ein schöner Lob, ja, auch wenn, auch wenn der klein ist und auch wenn er für dich, also, weil du gerade sagtest, es passiert nicht häufig und ich verstehe total den Effekt, den du selber da spürst, dass du sagst, das ist in dem Moment vielleicht so eine Mischung aus ups und cool. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. Ich habe den erst angeguckt und dann wurde mir das, ich musste erst, also ich, kennt ihr das so, wenn einer was sagt und du verstehst das nicht und du guckst den erstmal nur so drei Sekunden wohl an, bis du kapierst, was der meint? Ja, total, total. So, das war, also das war jetzt nicht so, ah ja klar, da meint er, weil ich ein YouTube, ich, geht der, was will der denn? Hat er einen Blitz geleckt oder was ist da los? Richtig. Naja, aber, aber ich meine, ernsthaft jetzt, also du baust da, du baust dir da was auf, du hast einen direkten Draht zu Konsumenten draus, du hast eine Community, auch durch der, durch die Mitarbeit zwischen anderen Channeln, etwas, das wir ja jetzt hier erstmalig mit versuchen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist in der YouTube-Welt ja gang und gäbe und dadurch entstehen dann halt auch diese, diese Communities. Was hast du da Schönes in den letzten Fähren erlebt und was führt dich dann am Ende zu dem Community-Treffen, dass wir dieses Jahr, ich glaube es war zu Gamescom? Letztes Jahr, also 2022 haben wir es völlig verratzt, dass an dem selben Wochenende Gamescom ist. Daraufhin haben wir uns für das Jahr 2023 einen Kalender genommen mit allen Ferien in allen Bundesländern und das Datum der Gamescom. Nein, wie cool. Ja, aber letztes Jahr haben wir tatsächlich häufig eine Absage bekommen, weil Gamescom war und weil das das letzte Wochenende der Ferien war, wo dann die Einschulung von irgendwelchen Leuten war oder von irgendwelchen Kindern. Darf ich das ganz kurz noch machen? Das ist auch ein Sinnbild für die VR-Branche, alles Leute so mit 30 aufwärts, alle irgendwie schon voll im Saft, Familie am Start oder so, das ist, also ich korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein Großteil. 50 Prozent Zielgruppe 35 bis 45 auf jeden Fall. Ja, das ist verrückt. Ja, ich glaube, weil wir alle die Kohle, also sollte man meinen, aber weil wir alle verrückt genug sind, sagen wir mal, die Kohle auszugeben für so ein Spielzeug. Und als Jugendlicher ist man eher so, ah, Playstation 5, Xbox. Aber das kommt tatsächlich. Ich habe immer gedacht, so gerade die junge Generation, die jetzt nachkommt, die kann sich, aber die wünschen sich das jetzt alle zu Weihnachten. Wie viele Kommentare ich habe, dass die jetzt lange gespart haben und sich dann jetzt bald, die brauchen, einer schreibt mir die ganze Zeit, ich habe noch 130 Euro noch, dann kriege ich eine Quest 3. Und dann wirklich wöchentliches Update, jetzt noch 110 Euro, ne? Sehr gut, süß, ja. Ja, komm, wenn er mir schreibt 10 Euro, dann sage ich, komm, hol dir das Ding jetzt, die Krise von mir. Das hast du schon, aber das, das ist doch, ich meine das ist doch cool, aber es heißt schon, auf den Community-Treffen, klar, auch weil sie gesammelt irgendwo in Deutschland sind, ist es schon so, dass du sagst, da kann man sich als 18-Jähriger eigentlich nicht hin verirren, oder? Doch, eigentlich schon, also wir haben auch, also die Altersspanne war dieses Jahr beim Community-Treffen, glaube ich, von 16 bis 75. Okay. Also es war wirklich alles dabei und es ist dann immer so krass, wenn du merkst, ich meine, ich bin jetzt hier bei mir auf dem Dachboden und habe irgendwann mich mal dazu entschieden, vor einen Greenscreen zu stellen, Videos zu machen und dann siehst du in irgendeiner Statistik-App bei YouTube Zahlen, die größer werden und dann fährst du nach Kassel und da sind auf einmal Menschen, wirkliche Menschen, die du kennenlernst, die dahinter stehen und mit denen quatscht man dann, mit denen teilt man dasselbe Hobby. Das ist wirklich ein komplett abgefahrenes Gefühl und das ist wirklich jedes Jahr mein absolutes Highlight, die dann da auch mal zu treffen und jetzt, das war jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir das in Kassel gemacht haben, das ist immer so, ich sag mal, wir werden jetzt immer so den September anpeilen, irgendwas da. Ach genau, ich weiß wieder, ich war auch in Heidelberg auf einem anderen Event, aber ja, deswegen konnte ich nicht, weil eigentlich, die Idee Kassel ist ja geil, weil es ist so ein bisschen so, ist so Mitte Deutschland, könnte man fast sagen. Deswegen haben wir es gewählt, wir haben einfach eine Deutschlandkarte, Nord-Süd ist es nicht ganz fair, aber Ost-West kommst da gleich schnell hin. Das stimmt, cool. Und ja, und dann haben wir uns dazu vor 2021 das erste Mal entschieden, dieses Treffen zu machen und das war auch eine gemütliche Runde, ist eine schöne Location, direkt im Hauptbahnhof von Kassel, so eine Bar und dann haben wir Live-Musik, wir haben ein Buffet, wo man dann was essen kann, die Getränke sind so lange, der Getränke-Pott, für den jeder spenden kann, gratis mit dabei und jetzt, ich sag mal, das hat sich jetzt entwickelt inzwischen, was natürlich auch ein Zeichen ist, dass die Leute, ich sag mal, auch aktiv in der Community sein möchten, dass sie sich vernetzen möchten. Total. Und das ist ja eigentlich so das Coole, weil auf einem anderen Blatt Papier ja auch oft Leute VR genau das Gegenteil unterstellen. Ich würde sagen, oft auch Leute, die nicht in dieser Bubble sind, sondern das Medium von außerhalb betrachten und halt sagen, es isoliert, es ist am Ende irgendwie genau das Gegenteil des Fördern von Freundschaften und also für mich der Witz an der Sache ist, das, was du beschreibst, ist bei mir zumindest auch genau der Teil gewesen, wie ich in diese Community reingekommen bin, nämlich, okay, da gibt es jetzt irgendwie so einen DK1 und wer hat denn das? Und dann treibst du dich in Foren rum und die Leute empfangen dich mit offenen Armen und sagen, komm vorbei, Alter. Ich war so bescheuert und hab mir das gekauft, komm rüber und teste das aus. Und dann fährst du irgendwie eine Nacht mal eine Stunde rüber nach, weiß ich nicht wo, um dann halt dir da so eine VR-Brille auf die Rübe zu setzen und genau das. Wir haben damals dann die ersten Meetups gestartet, aus den Meetups sind Freundschaften geworden, aus den Meetups selber sind ganze Firmen entstanden, klar, weil irgendwo war es damals zumindest ein Business-Driven, also war geschäftsgetrieben das Ganze und es ist total cool, zu sehen, wie genau das, was du beschreibst, sich da eigentlich komplett neue Leute über den Globus kennenlernen und da, wo es möglich ist, dann auch eben persönliche Treffen einläuten. Und ich würde fast behaupten, das könnte, ich weiß nicht, ob es sich demografisch irgendwann ändert, aber dass du so eine große Altersspanne hast, ist auch selten. Ja. Gerade im Technologiebereich, glaube ich. und das spricht irgendwie auch wiederum für die Vielseitigkeit, die diese Technologie da an manchen Stellen bietet. Ich weiß nicht, was der 75-Jährige oder die 75-Jährige mit der VR-Brille macht, vielleicht ist es, ich weiß nicht, irgendwie ein Helikopter fliegen oder sowas. Nein, das weiß ich gar nicht. Aber das ist ja das Coole daran. Du kannst es so vielseitig nutzen. Absolut gut. Ja, und das ist wirklich immer ein schönes Miteinander und auch interessant zu sehen, dass sich eben in allen Altersklassen Leute für diese Technologie interessieren. Aber wie gesagt, der Fokus ist wirklich 35 bis 45 und dann ebbt das so nach jünger und älter ein bisschen ab, würde ich sagen. Das ist so die Hauptzielgruppe, die dort auch vertreten ist. Und ja, ich hatte letztens noch eine E-Mail von einem 79-Jährigen, der mein Tutorial zur Einrichtung der Quest 3, also so ein Grundlagen-Tutorial hat, wie koppelt sie mit der App und sowas, gesehen hat und sich dafür bedankt hat und noch ein, zwei Fragen mir dann geschrieben hat. Finde ich total super. Also, dass diese Technologie dann halt jedes Alter begeistert offensichtlich oder begeistern kann. So muss man das ja sagen. Ja, sehr cool. Ist so. Sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch dran arbeiten. Fällt mir gerade mal so auf. Also, ich meine, Sebastian und Thomas kommen ja auch beide, glaube ich, hier aus der Gegend, oder? Also NRW. Ich sitze ja auch in NRW. Ich sitze nicht im Pott. Wo kommst du weg? Ich komme aus dem Düsseldorfer Raum. Ja, darf ich doch. Ich habe in Düsseldorf gearbeitet. Ich bin quasi das Grenzgebiet zwischen Rheinland und Pott. Das müssen wir irgendwie, was ist da los? Oder sehe ich das falsch? Ist die Community, also die Content Creator Community, ist die größer? Ist die weiter verteilt in Deutschland? Nö, hier sind einfach mehr Leute. Das heißt, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es hier Leute machen, ist größer als woanders. Das ist langweilig. Weil das halt im Ballungsgebiet ist. Aber es ist so. Also, lass mich mal überlegen. Wir haben aber auch Leute aus Norddeutschland. Also, so, wenn ich mal alles gucke, das ist jetzt gerade Zufall, dass dann, ich sage mal, drei von den Großen hierher kommen, von den größeren YouTube-Channeln. Aber ansonsten, wenn man sich die gesamte Community anguckt, wir haben Channels aus Österreich, aus Süddeutschland, aus der Schweiz, aus Berlin, aus Hamburg, aus Schleswig-Holstein. Also, hast du alles mit dabei. Und jetzt ist halt Zufall, dass, glaube ich, sich hier drei der Größeren, sag ich mal, ballen. Ihr bleibt einfach dran. Das ist der Punkt. Ihr habt einen guten Zeitgeist getroffen vielleicht. Jeder für sich hat seine eigene Sprache irgendwie und seine eigene Community gefunden. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Du bist ja eingestiegen mit der Aussage, dass du dich ganz bewusst für Questprodukte in dem Moment entschieden hast. Sehr schön. Keine Zeit für mehr. Tja, also, ich meine, jetzt, wo wir jetzt hier direkt persönlich zusammensitzen und aufs Ende hinzusteuern, Ben, ich weiß nicht, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus, dass wir beim nächsten Community-Treffen nicht auftauchen. Also, ich gebe an dieser Stelle ein hoch und heiliges Versprechen. Innerhalb der nächsten 25 Jahre werde ich sicherlich einmal dort auftauchen. Ach, der Termin steht schon. Also, falls du dir den in den Kalender schreiben möchtest. Ja, du kannst mir gerne. Gib den doch mal hier rein. Der ist der 14.09.2024. Der 14.09? Ja. Ihr seid ja abartig gut durchorganisiert, ey. Da habt ihr schon ein Jahr vorher das Ding festgemacht. Ja, wir hauen das Datum immer beim Community-Treffen raus, damit die Leute sich rechtzeitig da auch ein Hotel buchen können. Dann ist es noch schön günstig. Ja, das stimmt. Und ein Jahr vorher kriegst du den Termin immer eingerichtet, wenn du hin möchtest. Das ist so unser Gedanke. Und vom ersten bis zum zweiten Jahr war die Wiederanmeldungsquote so katastrophal, unter 50 Prozent, dass wir gedacht haben, okay. Und viele haben halt geschrieben, ich kriege das da nicht eingerichtet, sodass wir uns gedacht haben, dann sagen wir den Termin rechtzeitig, dass jeder eine größere Chance hat. Und seitdem kommen auch gerne Leute wieder. Und zudem machen wir dieses Jahr eine Weihnachtsfeier in Oberhausen. Sehr gut. Du kommst aus der Nähe. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja eine Gelegenheit für mich eigentlich. Ja, ist direkt am Zentrum, kennst du ja bestimmt. Kenn ich, ja. Schade, übrigens muss ich noch als Rausschmeißer, schade, dass die Void es da nicht hingeschafft hat, die ja angeblich da eine Zeit lang mal entstehen sollte. Ich weiß nicht, ob du The Void auf dem Schirm hast. Ja, habe ich auf dem Schirm, ja. VR-Vergnügungspark. Das heißt also, leider hätten wir, das wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen. Aber gut, so ist es. Christian färbt sich den Bart einfach weiß und kommt dann als Santa. Als Weihnachtsmann. Ach, das wäre schön. Ja, das wäre doch super, oder? Ja. Da muss noch viel passieren, Ben. Sprechen wir dann mal. Ich kann mir sogar dann hier so ein pinkes X drauf färben, wenn du möchtest. Ja, sehr cool. Dann müssen wir über Sponsoring sprechen. Ich bin ja dann auch Influencer. Ja. Mixed-Fluencer bin ich dann. Ja. Schön. Gut. Komm, bevor es noch peinlicher wird. Patrick, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ich danke euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War cool, mit dir zu quatschen. Sehr, sehr interessant. Sehr angenehm. Vor allem auch mal so ein bisschen die Perspektive eines, ja, Vollzeit-YouTubers. Das ist ja nicht richtig, aber. Ich habe einen Vollzeit-Job und mache nebenbei so ein bisschen YouTube. So muss man das sagen. Also, wir bleiben definitiv in Kontakt und werden mal zusehen, dass wir, auch wir es dorthin schaffen, ist uns durchaus ein Anliegen. Und jetzt wissen wir ja lang genug im Voraus und dann sind wir am Ende selber schuld, wenn wir den 14.09.2024 verpassen. Und dementsprechend natürlich auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer vormerken, da sind jede Menge Leute, die da was zu beisteuern könnten in unserer Hörerschaft dementsprechend. Merkt euch das vor, meldet euch an, stürmt den Laden. So sieht es aus. Patrick, du lebst meinen Traum. Vielen Dank dafür, dass du den YouTuber für mich machst. Ich mache das dann im nächsten Leben. Okay, jetzt wird es peinlich. Können wir aufhören? Lass ihn weiterreden. Ich kriege gar Gänsehaut. Nein, herrlich. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sollten insgesamt das einfach wiederholen. Ich finde das gut, dass wir das so sagen, aber dass man einfach zusammenwächst, das macht einfach Sinn. Und insoweit, ich hau dich nochmal an wegen Oberhausen. Schon wieder Gänsehaut. Oh mein Gott. Alter, nehmt euch ein Zimmer. Ja, machen wir in Oberhausen. Also wegen mir können wir es gerne wiederholen. Mein Podcast-Herz hat hochgeschlagen. Jetzt einfach mal diese romantische Didaktik. Was du nicht weißt, ist, dein Anfangseinstieg mit deinem Podcast, mit was? Umhängen-Mikrofon? Ja, ja, Kragen-Mikrofon. Das fand ich gut. Das sollte man auch mal machen, ne? Genau, das finde ich gut, dass wir nicht googeln, was du da gemacht hast. Was du da verzapft hast, wo die mir angucken. Scheiße. Ansonsten hört doch lieber, was vielleicht bekannter ist. Der offizielle deutsche Rick and Morty-Podcast. Die Serie kennt ihr? Verrückt, bist du auch Teil von, oder was? Ja, wir haben mit den Synchronsprechern gearbeitet und die haben dann für uns immer so Schnipsel eingesprochen. Hat sich dann am Anfang der Episode immer angehört, wie ein Gespräch aus Rick and Morty. Sehr gut. Cool. Ja, aber wie gesagt, läuft noch, aber ich bin nicht mehr dabei. Werden wir jetzt fertig? Ja. Wir sind fertig. Ja, wir sind durch. Bis dann. Ciao, Ben. Entschuldigung, wir wollten dich nicht abhalten. Tut dann wieder einen auf Business hier. Ciao. Bis dann, ne? Ciao zusammen. Tschüss.